So, ich guck jetzt erst mal auf der Karte. Äh, da hinten drinnen. Gut. Wir müssen uns mal vorsichtig vorwärts bewegen. Eine Medikette ist schon mal nicht schlecht, aber Köche, irgendwas. Köche, irgendwas. Haben wir eine Pistole noch irgendwelche? Ne, haben wir nicht scheiße. Musik-Enen-Schuss verwenden, na. So. Das ist die richtige Dose. Oh, oh. Da hinten ist irgendwas. Musik-Enen-Schuss. 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 Und da steht Hena, oder? Was ist denn das недหน Should of Und? Ja, da steht doch Hena. Wo ist der hin? Er ist bloß ganz ruhig feuer einstellen zwing uns nicht dich zu töten komm einfach nur mit erhobenen Händen heraus rückzug, rückzug wartet Männer ja toll feuer einstellen halt mir den Rücken frei wartet Männer guck mal hier aua, 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 aua alter, das ist ja echt krass, wa? boah, hallo? ja, scheiße, Peggy pisse nochmal, Mann, ey ich habe einen Streitschuss abbekommen ich habe einen Streitschuss abbekommen ja, ich habe einen Streitschuss abbekommen so wir waren sie aber noch nicht zwing uns nicht dich zu töten komm einfach nur mit erhobenen Händen heraus die Lampe, alter sie ist die Hölle so, 36 Schuss ist auch nicht grad die Masse war oh Gott, ey liegen drei Typen da in der komischen Butze das ist natürlich auch ein Witz war was ist denn hier hier war das Treffen, wa? oh, hier ist Munition wir haben hier jemanden, der nicht hier sein dürfte das ist in der Nähe der privaten Bäder das geht ziemlich egal so muss ich mal ein Medikit benutzen speichern und dann werden wir hier mal loslegen alter, die Haftmine hätte mich jetzt fast wieder entschärft ne, jetzt ist hier keiner mehr, oder was? doch da, Feuer hab ich dich den erwischt? ne jetzt, er jetzt ne weit na, ich glaub schon, den seine Lampe guckt nach so nach oben, so komisch speichern nachladen jo alles down so, Haftmine weg bitte? das hat doch keinen Sinn, Sam du weißt ja nicht einmal, was du machen würdest, wenn du mich fängst warum verfolgst du mich überhaupt? oh man, Fischer Shetland hat bei der Heizungsanlage Sprengladungen gelegt du musst sie schleunigst finden beeile dich schön schön bei der Heizungsanlage da hinten liegt sie ne, koch macht ihn der da so lange? du bist nur eine Waffe für sie hallo? hallo? scheiße, alter nochmal nachladen so alter Schwede das wird ja lustig so und wir speichern nochmal ab das hat doch keinen Sinn, Sam du weißt ja nicht einmal, was du machen würdest, wenn du mich fängst warum verfolgst du mich überhaupt? oh man, Fischer Shetland hat bei der Heizungsanlage Sprengladungen gelegt du musst sie schleunigst finden beeile dich und mh Mason & Leopard haben dich um den Finger gewickelt, Fischer und und du hast nur eine Waffe für sie die Sonne nicht auf den nein Hallo? Scharfschützer oder was? Oder um die Ecke Schießer? Naja. Die Scheißbombe. Ich sehe sie nicht. Scheine hier unten mal. Alter, wenn man hier weiß, wo die ist, kann man sie schlecht finden, wa? Ja. Ja, wo ist denn die? Ja, das ist ganz schlecht. Die kann ja nun, wa? Kannst du wo sein? Ja, da muss ich es halt in mehreren Abschritten machen. Durchsuchen. Ich denke mal, die ist unten, aber... Hier ist keine Bombe. Halt. Das ist natürlich der Witz, oder? Das ist natürlich der Witz, oder? Kann man hier nicht mit Wärmebildung was sehen, aber... Wärmebild. Das ist ja nicht... Ah ja, alles klar, verstehe. Okay, durch diese Tür dürfen wir nicht gehen. Na, wo sollen die sein, Alter? Das ist ja ein Scherz. Alter, jetzt hab ich doch allen abgesucht hier. Alter. Alter. hier leuchtet um was da ist er ja da waren sie gewesen ich frage es nur wie kommen wir dahin scheiße ja 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 Okay, der Bauchquatsch. Nee. Runter. Dahinter ist er. Wie komme ich da hin? Warte mal. Ich hoffe, das wartet jetzt mit den Bomben. Du bist gleich tot, wenn du mich voll laberst. Lauf einfach weg. Dunaheim. Nice. Das Problem ist, dass hier noch irgendwelche Typen rumrennen. Da ist er. Fuck, ich komme da nicht hoch. Ich glaube, das schafft. Ich glaube, das schafft. Ich glaube, das schafft. Oh, in der letzten Sekunde. Fuck you. Bad. Blut ist dicker als Wasser. Du und ich, wir haben gemeinsam einiges durchgebracht. Du verkaufst deine Ehre an sie. Du verkaufst deine Ehre an sie. Du verkaufst deine Ehre an sie. So, jetzt wissen wir mal ungefähr, wo die sind. Ja, komm, ein bisschen joggen jetzt hier. So, die erste war hier. Da rüber. So, rüber entschärfen. Du hast dich selbst zum Instrument der Politik gemacht, Sam. Geh, lauf einfach weg. Denn wie ist die Sache zu sein? Das ist das Spiel. Du hast dich, das zu kalt. Und du hastesta. Schmerz. Du hast dich, dass du siehst. Du hast dich, das zu kalt. Du bist.